Das Märchen von der Rentenkürzung aufgrund des aktuell zum Teil verfassungswidrigen Haushalts. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Wir haben ja nun schon seit mehreren Wochen eine ganz, ganz zum Teil sehr heftige Diskussion um das Thema des verfassungswidrigen Haushalts. Sie haben das ja mitbekommen, dass am Freitag, den 1. Dezember 2023 im Bundestag, da auch wieder debattiert worden ist, zum Teil sehr heftig. Und parallel dazu haben dann sogenannte Wirtschaftsweise und auch andere Menschen, die irgendwas zu sagen haben in Deutschland, unter anderem auch Politiker von verschiedenen Parteien. Ich erinnere zum Beispiel an den grünen Politiker Finanzminister aus Baden-Württemberg, Herr Bayatz, der da sofort losgelegt hat und gesagt hat, wir müssen jetzt aber mal die Rente mit 63 abschaffen und die Mütterrente gleich hinterher, meine Damen und Herren. Und auch wir hier bei der Rentenkanzlei RentenBescheid24.de, wir haben sehr, sehr viele Anfragen zu diesem Thema bekommen. Viele Leute sind total verunsichert und ich möchte deshalb dieses Video nochmal nutzen, um hier auf die Rechtslage mal einzugehen für jeden Einzelnen individuell. Also können denn überhaupt Renten aufgrund Haushaltslage gekürzt werden? Und da hat mir die Deutsche Rentenversicherung mit einer Pressemitteilung vom 29.11.2023 eine super Steilvorlage gegeben und hat hier auch mal ganz kurz klargestellt, wie hier eigentlich die allgemeine Rechtslage ist. Ich gehe da noch ein bisschen tiefer drauf ein, ich zeige Ihnen aber, was die Deutsche Rentenversicherung hier veröffentlicht hat. Ich finde das erstmal herzlichen Dank, Deutsche Rentenversicherung, dass Sie das gemacht haben. Schon mal sehr wichtig, dass auch Sie als Träger der gesetzlichen Rentenversicherung hier mal Ihren Versicherten, Sie haben ja viele, viele Millionen Versicherten, einfach mal Klarheit geschafft haben, wie die Rechtslage überhaupt ist. Also steigen wir mal ein. Die Deutsche Rentenversicherung sagt in der aktuellen Diskussion um den Bundeshaushalt 24 werden verschiedentlich Rufe nach Kürzungen für Rentner und Einsprachungen bei der Rente laut. Ja, also ich habe Ihnen ja die Exponenten, die das rufen, schon mal benannt. Das ist unter anderem die Wirtschaftsweise Grimm. Ja, merken sich die Dame, die ist übrigens verbeamtet und wäre dann von Kürzungen für Renten überhaupt nicht betroffen. Zumindest auch nicht bei der Mütterrente. Dann der Herr Dulger, Arbeitgeberpräsident und verschiedene andere auch noch, die da immer mit in das Horn reinblasen. So, also nachfolgend die Fakten. Die Höhe der Renten ist gesetzlich geregelt. Das ist ganz klar, steht im SGB VI. Das heißt, dass es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Wer also seine Rente erwirtschaftet hat, wer die entsprechenden Wartezeiten hat, hat einen Rechtsanspruch auf diese Rente. Die Zahlung der gesetzlichen Rente ist doch nicht davon abhängig, wie die Haushaltslage ist. Das ist grundsätzlich im SGB VI geregelt. Das heißt also, niemand muss Angst haben davor von Ihnen, dass wenn im Bundeshaushalt jetzt zum Beispiel 20 Milliarden Euro irgendwie gekürzt werden, dass davon die Zahlung Ihrer Rente abhängig ist oder betroffen wäre. Das ist völliger Blödsinn, wer sowas behauptet. Es ist richtig, dass die gesetzliche Rentenversicherung Bundeszuschüsse bekommt. Aber auch die Zahlung der Bundeszuschüsse, meine Damen und Herren, auch die Höhe der Zuschüsse ist gesetzlich geregelt und zwar im SGB VI. Das ist ganz, ganz klar geregelt. Deshalb kann der Gesetzgeber hier nicht einfach sagen, wir kürzen mal. Ja, das ist überhaupt gar nicht möglich, denn dazu brauche ich nämlich Mehrheiten. Und diese Mehrheiten wird der Gesetzgeber nach aktueller Rechtslage, so wie ich die Sache sehe, gar nicht kriegen. Die SPD und die Grünen würden einer solchen Forderung gar nicht folgen wollen. Das heißt, die Ampelkoalition wäre spätestens dann an dem Punkt erledigt. Weil die FDP, wenn sie denn so eine Forderung stellen würde, im Übrigen wäre das dann sozusagen für die FDP politischer Selbstmord, die wäre dann bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr im Bundestag vertreten. Davon können sie ausgehen. Die Leute merken sich das nämlich. Wir haben über 21 Millionen Rentner. Dann wäre die FDP de facto erledigt. So, die Erstattung oder Zahlung von Beiträgen des Bundes, zum Beispiel für die Kindererziehungszeiten Mütterrente, ist auch von gesetzlichen Regelungen betroffen. Das heißt also, diese Erstattungsansprüche, die die deutsche Rentenversicherung und deren Träger gegen den Bund haben, ist gesetzlich geregelt. Und die Zahlung ist auch nicht abhängig von der Haushaltslage. Und das Gleiche gilt auch für die Anpassung der Renten. Rentenanpassungen folgen nach dem Muster, wie es im Gesetz, im SGB VI, vorgeschrieben ist. Und die sind auch nicht von der Haushaltslage abhängig. Das heißt also, es gibt sogar eine Rentengarantie. Das heißt also, die Rentenanpassung folgt der Lohnentwicklung. Wenn hier jemand eingreifen will, dann muss er in Gesetze eingreifen, meine Damen und Herren. Und Renten sinken dann auch nicht. Das ist die Rentengarantie. Wenn die Löhne und Gehälter sinken, dann bleibt die Rente aber praktisch im Grunde genommen erst mal eingefroren auf dem aktuellen Stand. Und meine Damen und Herren, die gesetzliche Rentenversicherung besitzt sogenannte Finanzautonomie. Sie ist praktisch im Grunde genommen hier in der Lage, einen eigenen Haushalt zu führen. Und Einnahmen und Ausgaben werden sozusagen hier von ihr selbst verwaltet und werden auch von der Selbstverwaltung beschlossen. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen tiefer einsteigen in die Gesamtsituation. Erst noch mal recht herzlichen Dank, Deutsche Rentenversicherung, dass Sie uns hier sozusagen diese Faktenlage mal klargestellt haben. Ich möchte einfach noch mal ein bisschen tiefer noch einsteigen in bestimmte Dinge, die hier, sagen wir mal, ja, bei diesen Kürzungsorgien, die hier gefordert werden, vergessen wird. Erstens, wer ist denn eigentlich zuständig für eine, wer wäre denn eigentlich zuständig für die Kürzung einer gesetzlichen Rente? Meine Damen und Herren, auch Zuständigkeiten sind gesetzlich geregelt. Nur die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung können Renten kürzen. Aber nicht, indem sie sagen, wir nehmen mal pauschal 5 Millionen Mütterinnen, Mütter und kürzen denen einfach die Mütterrente. Das geht nicht. Sondern die Kürzung einer Rente von der Gesetz, durch die gesetzliche Rentenversicherung, und nur die ist zuständig, weder Hubertus Heil ist für die Kürzung zuständig, noch die Bundesregierung ist dafür zuständig, weil nämlich die Exekutive, weil nämlich für die Exekutive, das heißt also, das ist die Verwaltung, ja, wir haben ja eine Dreiteilung der Gewalten oder eine Vierteilung der Gewalten in Deutschland, wenn wir mal von der Presse noch weggehen, haben wir eine Dreiteilung, das heißt, wir haben die Legislative, wir haben die Judikative und wir haben die Exekutive, und jede Exekutive, also jeder Minister, die Bundesregierung, aber auch die Deutsche Rentenversicherung ist für ihre eigenen Angelegenheiten zuständig. Und die Deutsche Rentenversicherung, deren Träger, wird Rente nur kürzen, wenn man individuell durch vorherige Prüfung festgestellt hat, dass diese Rente fehlerhaft zustande gekommen ist. Sei es durch einen Fehler der Rentenversicherung oder sei es durch einen Fehler des Betroffenen selbst, dann kann man sich natürlich noch trefflich darüber streiten, wird die Rente rückwirkend aufgehoben und weggenommen, also eine Kürzung durchgeführt oder gilt sie nur für die Zukunft. Das ist alles ganz streng, ganz, ganz streng geregelt in den Paragrafen 44 bis 48 SGB X. Das heißt also, die gesetzliche Rentenversicherung kann niemals sagen, ich kürze jetzt einfach mal bei 500.000 Renten. Das geht überhaupt gar nicht. Meine Damen und Herren, darüber müssen wir uns einfach auch mal im Klaren sein, dass das rechtlich nicht möglich ist. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene, die wir auch noch betrachten müssen. Jetzt haben doch 10 Millionen Mütter die Mütterrente 1 und die Mütterrente 2 bekommen. Ich hebe schon mal beide Daumen, weil ich es nämlich großartig finde, dass wir diese Mütterrente 1 und 2 haben. Jetzt haben die die Mütterrente 1 und 2 bekommen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann ich denen das jetzt irgendwie wieder wegnehmen? Nein, meine Damen und Herren, denn für die Mütterrente 1 und 2 gibt es auch gesetzliche Regelungen. Die stehen im SGB VI drin. So, wenn ich die wieder zurückgängig machen möchte für laufende Bestandsrentner, greife ich in verfassungsrechtlich garantierte Eigentumsrechte ein. Das heißt also, der Gesetzgeber kann rückwirkend überhaupt gar keine Rentenleistungen kürzen für Leute, die die Mütterrente 1 und 2 in ihren laufenden Renten mit ausgezahlt bekommen. Das ist doch rechtlich überhaupt gar nicht möglich. Eine andere Frage wäre, ob es für die Zukunft möglich ist und da habe ich auch meine Bedenken, weil nämlich die Anwartschaften, die ich praktisch erhalte durch die Kindererziehungszeiten der Mütterrente 1 und 2, letzten Endes schon in den Versicherungsbescheiden oder in den Versicherungsverläufen mit erfasst sind und Kontenklärungsbescheide hier schon erlassen worden sind, die müsste ich ja dann alle rechtlich irgendwie rückwirkend aufheben. Und das sehe ich auch nicht. Und wir müssen uns auch noch, also ich sehe das auch so, dass solche Ansprüche auch verfassungsrechtlich geschützt sind für noch nicht laufende Renten. Und dann brauche ich natürlich auch noch, da müssen wir mal ganz klar sagen, hier entsprechende Mehrheiten im Bundestag, damit solche Rentenkürzungen durchgesetzt würde, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur eins sagen, mit der CDU werden Sie eine solche Rentenkürzung nicht durchsetzen können, weil ja die CDU, CSU ganz aktiv bei der Mütterrente 1 und 2 mitgewirkt haben. Also meine Damen und Herren, diese Diskussion ist eine reine Phantom-Diskussion. Weder die Mütterrente 1 und 2 noch die Rente mit 63 kann gekürzt werden. Es kann auch keine allgemeine Rentenkürzungen per Order Mufti durch den Bundeskanzler geben, so nach dem Motto, ich bin Herr Scholz und ich setze mal meinen Wilhelm oder meine Unterschrift unter einem sogenannten UKAS. UKAS ist auf Russisch oder auf Polnisch das Gesetz, was der Präsident da erlässt, der UKAS. Und dann gibt es hier mal flächendeckende Rentenkürzungen. Das ist rechtlich schlicht und ergreifend nicht möglich, weil, wie ich schon gesagt habe, Bundeskanzler Scholz für gesetzliche Renten überhaupt nicht zuständig ist. Der Bundeskanzler ist auch ein Exekutivorgan. Ja, nur mal, dass Sie es gehört haben. Der Typ hat sich aus den gesetzlichen Renten bitte rauszuhalten. Sollten Sie einen Rentenbescheid oder einen Aufhebungsbescheid aus dem Bundeskanzleramt bekommen, dann bitte schön nicht wegschmeißen. Dann gehen Sie bitte zur Polizei und bringen das zur Anzeige. Das können nur Fake News sein. Ich glaube nicht, dass unser aktueller Bundeskanzler hier entsprechende Aufhebungsbescheide erlassen würde. Dazu wäre er gar nicht zuständig. Also, meine Damen und Herren, ich möchte auch noch mal sagen, klipp und klar sagen, gesetzliche Renten können aufgrund Haushaltslage nicht gekürzt werden. Eine Kürzung von Renten ist nur, wenn auch nur sehr eingeschränkt, nach den Regelungen der Paragrafen 44 bis 48 SGB 10 durch die zuständige Rentenversicherung oder deren zuständige Träger möglich, dann aber auch nur mit vorheriger Anhörung und mit einem entsprechenden Bescheid oder aber es findet sich tatsächlich eine rechtliche, eine gesetzliche Mehrheit im Bundestag, die dann eventuell für die Zukunft in Rentenansprüche eingreift. Aber auch das ist nur in ganz begrenzten, engen Rahmen möglich. Hier müssten dann Übergangsregelungen getroffen werden im Rahmen eines entsprechenden Vertrauensschutzes. Also, lassen Sie sich bitte nicht verrückt machen, im Jahr 2024 wird auch Ihre Rente, wie gehabt, aus meiner Sicht, weitergezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und natürlich eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit großen Herzen und mit einem dicken Daumen hoch für Ihre Renten. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel einen großen Rentsenberater Peter Knöppel und depend auf den neuen Opferen golferen Titanic. Vielen Dank.